Es ist für mich immer noch schwer vorstellbar, dass wir da morgen spielen werden. Ich weiß, dass wir das müssen, aber ich kann es einfach nicht glauben, dass wir da morgen auf diesem Spielfeld spielen sollen, wenn man es überhaupt ein Spielfeld nennen darf. Ich weiß nicht, in welchem Team ich da spielen werde. Wirklich. Ich weiß nicht, mit welcher Mannschaft ich da auflaufen soll. Ich weiß auch nicht, ob Mkhitaryan spielen wird. Ich weiß es einfach nicht.